Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Und wir, ja, stehen hier oder sitzen gerade direkt auf unserem Dach von unserem Anwesen. Und ja, was machen wir als nächstes? Checken wir mal kurz die Karte, würde ich sagen. Nehmen wir mal jetzt hier endlich an dem Ritual teil und eliminieren die Templer. Schwierigkeit 2, das wird wohl zu packen sein. So, aber zuerst schauen wir noch kurz in unsere Kiste. Mal schauen, wie viel da drin ist jetzt. So, wir haben hier jetzt 1.098 von 10.892, wow. So, da warten wir jetzt aber noch ein Weilchen. Wegen den 1.000 lohnt sich das jetzt hier nicht. So, wo haben wir die Mission? So, hier wieder ein Verbrecher klönen. Oh, ja. Haha, den wollte ich jetzt nicht. Scheiße. Das war der Falsche. Naja, egal. So, hier müssen wir doch irgendwo gehen. Genau, wir sind richtig. Rund, ne rote Kiste. Und da kläten wir kurz hoch und schauen, ob die zu knacken ist. 2. Ne, das lassen wir lieber. So, und da sitzt er, der liebe Herr. 400 Fr. nur. Egal. Ich habe nachgeforscht. Ein uralter Kult. Gleich hier. Es ist alles dort auf dem Tisch. Oh, jetzt haben wir schon 3.821. Oh, das geht ja richtig rucki zucki. So, den Kult ist PubMate finden. Keine Ahnung. PubMate. So, 200 Meter. Müsste eigentlich ziemlich zügig gehen. Ah, die Korkade, die holen wir uns. So, haben wir die da oben. Dürfte nicht allzu schwer sein, die zu holen. So, und da haben wir sie. 10 von 12. So, wo geht es jetzt hier runter? Nimm uns. Dann müssen wir halt eben runterklettern. Hm, jetzt hängt er fest. So, jetzt. Und in der Kirche wird kräftig gesungen, wie man hört. So, ich glaube, die zwei jetzt auch nur gekillt, weil wir Medizin brauchen. Aber, die haben sicher nichts dabei, außer Rauchbomben, Rauchbomben. Schade. So, hier haben wir auch eine Nebenmission, aber wir machen erst noch die Mission zu Ende. Hä, warum wandert er denn nicht? So. Hier klaut wieder einer ein Kreuz. Jetzt lasst er es liegen. Okay. Tut mir egal, nimm es ruhig mit. Jetzt steht er da. Hä, was soll das? Jetzt geht es hier wieder ab. Hier geht es ab. Wow. Wow. Mh, halt! Ah, die Korkade, die holt jetzt auch noch kurz. Wo haben wir die? Ach, unten. Gut, glaub, vermutlich müssen wir eh hier runter. Dankeschön. Ich mach auch keinen Stress. Ich kann zwar nicht versprechen, aber... Ich geb mir Mühe. So. Ah, hier haben wir schon unser Ziel. Die Revolution unterdrückt den Kult der Katholiken, die uns so lange unterdrückt haben. Der hochverehrte Führer. Hm, wie kommen wir in die Korkade hin? Der alte Bock. Komm, den tönen wir erst. Hey! Ja, so auffallend wollte ich es jetzt eigentlich nicht machen, aber... So wie es aussieht, hat es keiner mitbekommen. Ging nochmal gut. So, und Medizin bekommen. Und wir müssen noch zwei Kultisten töten. So, wo verstecken die sich wohl? Hallo. Hallo zusammen. Servus. Sie nehmen schon Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Ich seh da kein Problem. Die Templer arbeiten seit Jahrhunderten mit uns. Na, verflixt. Schnapp dem Wasser! Ah, daneben! Das bleibt nicht ungesehen! Oh. Hm. Noch einer. Jawoll. Und wieder Medizin. Was gibt's Besseres als Medizin? Wie viel haben wir jetzt? Drei. Okay, gut. Das mal habe ich dafür gesorgt, dass das... Was zum Teufel? Viel attraktive Frauen dieses Jahr, hm? So, da ranzenvoll. Zack! He, he. So, den blündern wir kurz. Und nochmal Medizin. Hey, hallo! Boah! So, Mission complete. Fast. Müssen nur noch fliehen. Und nochmal Medizin. Dann haben wir jetzt voll... Jawoll. Moment mal! Halt mal! Bleib stehen! Ich bin genau hier, Sonnenschein! Hä? Die treffen ja gar nichts. Mein lieber Sonnenschein. Oh, oh. Oh, oh. Alter, wieso? Manchmal verkappt mich den Arno nicht. Der tut nicht immer, was er soll. Naja, egal. Das habe ich nicht. So, wo geht's jetzt denn hier jetzt nur noch mal raus wieder. Ja, deswegen bin ich ja hier. Hm. Hm. Moment, wer ist denn dann hier? Hier drunter? Die müssen wir jetzt hier rechts drüben hoch hoch gehen. Ja. 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 So, wir haben es geschafft. Sehr schwierige Mission. Welche? Ach so, das Rätsel. Ich glaube, ein Rätsel habe ich ja schon gemacht. So, welche wollten wir denn machen? Die hier. Hier haben wir auch noch mal eine. Ich glaube, es ist ein Rätsel. Jetzt haut sie ab. Hat sie Angst bekommen. Schnell. Schnell. Rennt. Rennt um euer Leben. Ja, jeder kennt mich hier. Lensam werde ich hier berühmt. Ich glaube, es ist ein Rätsel. Ich glaube, es ist ein Rätsel. So. So, aber diese Mission machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir wieder gefallen. Und mich würde es wieder freuen, wenn du bei der nächsten Folge dabei bist. wenn es wieder heiß. Let's play Assassin's Creed Unity. Bis dann. Ciao.